Der Stream ging 3 Stunden 18 und wir haben 23.54 Uhr. LOL! Ich bin einfach schon wieder live gegangen. Mach doch oder schon wieder? Schon wieder. Ah ja, Servus Miguel Graf. Wie geht es dir heute, schreibt man in den Chat. Moin. Moin Miguel Graf. Sehr blässig. Willst du die geilste Runde der mobilen Treiber sehen? Ja, gut. Mir geht es gut. Ja, mir geht es auch gut. Falls du das so wissen willst. Und was machst du gerade so? Du hast einen schönen Live-Streiber. Bist du zu Hause oder? Nee. Ich bin so voll frühe. Dafür schreibe ich dir kurz in deinem Leben. Bist du zu Hause? Oder bist du bei Freunden? Äh. Das geht nicht nur pushen. Lackt rein. Was? Guck ich mach jetzt übelässigen Snack aufsäubern. Das ist doch echt nicht zu Hause. Digga Paladins. Halt's Maul. Hat er jemand zugebaut? Nein, 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 nein. Hat er jemand zugebaut oder hat er sich daneben? Bitte nicht, bitte nicht. Miguel Graf, du hast es nicht gesehen, okay? Bist du daneben? Und du erinnerst dich an nichts. Siehst du diesen Stein da? Genau den? Nein, er ist nicht zugebaut. Ich bin auf diesen Stein und bin einfach komplett drauf geflogen. Nein. Nein. Nein, Digga. Ja, Miguel Graf, viel Spaß, ne? Bei den besten Videos. Darf ich gleich mitspielen, fragt Miguel Graf. Äh, gucken wir mal. Gucken wir mal. Geht du erstmal weiter Parladins. Eigentlich müssen wir Dings machen. Heute ist abends Dün. Ey, Shops Dün. Zwei. Du weißt schon, dass wir hier völlig überrücken müssen. Wissen wir da? Ja, wissen wir. Das ist auch im Leben irgendwo so. Wissen wir? Genau. Das läuft, glaub ich, komplett außenrum. Ja, irgendwie muss man auch aufhören. Genau. Das läuft, glaub ich, komplett außenrum. Der war aber unnässig geworden. Der war aber unnässig, das wird ein Schaub-Stream. Guck mal, wen ist das? Ah, der ist 500 Meter. Ist das für Dinger schön dabei? Hm, ja, 3 Ben. Guck mal, was du hier hast. Guck mal. Guck mal. Oh jetzt ist lautet an. Auf 27. Ich hab's gelieb. Was? Das ist so cool. Nein! Da haben wir noch 300 Meter. Nur... ...verhältlich ist es safe. Einfach keine Sohne. Sind wir schneller? Sind wir gleich schnell wie die Sohne? Eddy? Wir sind schneller. Bisschen schneller sogar. Nee, gleich schnell sind wir. Wenn wir nicht genau straight saunen, laufen wir die Sohne sogar schneller. Die Sohne ist schneller. Ja, das ist so schlimm, wenn man ein Zentimeter hinter der Sohne läuft und hier ist ein Boot. Die Sohne ist schneller. Die Sohne ist der Neue. Die Sohne hat mich gesehen. Sie mich hat auf jeden Fall gesehen. Was? Achtung, Achtung! Nein! Nein! Was? 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 Schneid, schneid! Einer ist ja grad mit, ähm, Seilbahn runtergefahren. Nee, oder? Doch, ich hab's gehört. Ganz genau. Wieso? Ich hab auch eins. Du los bist. Warte mal, wenn der jetzt die Seilbahn tagt. Ey, das war ja so los, der sieht mich da oben, die ich da auf die Seilbahn schneide und geht auch auf die Seilbahn. Hast du Blue Life? Ja, ich hab's ja Piggy. Mann, ich fühle dich los, der einfach einen Sohn gelobt. Dich, ich hab's da oben. Hast du auch so viele Metz wie ich? Ja, fast. Und statt zu fragen, wie viele Metz ich hab, sagt einfach ja fast. 500 500 holz 500 metall 800 stein das wird jetzt der in der ersten runde vom live stream hast du den noch so geläser ich wusste gerade mein kind stirbt nicht hast du ihn drei videos job mal ein weihnachtsbaum das ist ein bisschen weiter so laufen die genocht lasst die lasti lustig ich glaube nicht dass es gegen sein will ist wieder wir müssen doch hoch eigentlich Ich bin der Sohn. Lauf. Lauf rings um den Berg. Es sind noch sechs Gegner. Ja. Es sind eben acht Leute. Ich hab acht Kürze. Ich hab vier. Ja, alles gut. Ich hab die Kürze zu ziehen und die Kürze. Ey, lass doch richtig dreckig an die Rands liegen. Sehe ich. Ey, geh auf den sicheren. Lass doch hier ganz oben auf den Berg. Einer Heldshot. Hab ihn. Hicht. Komm, jetzt müssen wir echt pushen. Ich wurde übel gelesen. Der steht hier auf K. Nein, der hat ihn wiederbelebt. Der ist so lost. Die sind so lost. Nein, der ist echt von mir. Ich kann... Ich kann... Ich konnte nicht... Pow, 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 pow. Der ist der bloß. Achtung, 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 Achtung. Ach, Achtung. Ach, da hab ich das jetzt wieder zu sparen. Ja, ich konnte inzwischen... Au. Aber der will erst die Runde. Der will lässig. Ich hab auf den sicheren gewartet, bis der kurz stößt, dann hat er dann einen Attack gewinnt. Ihr habt die ganze Zeit gesagt, wir sollen auf die Uhren schießen. Hab ich dem einen Snipe gegeben. Der hat runtergelegt. Ja, wir hätten erst auf die Ohren gehen müssen. Ja. Eigentlich halt echt. Ach ja. Ich hab ja nicht gesehen. Wir hätten die von hinten attacken müssen. Egal. Noch eine Runde. Lässig. Die Nachos falle ich nicht so gut wie die anderen. Nee, die anderen sind halt schon geiler. Mama. Aber bei denen ist geiler, du hast da am Ende nicht so völlig schwierige Hände. Ja. Du kannst ja eine ganze Zeit Spalt essen. Oh, ein Schlecker. Ein Schlecker. Fünf. Vor allem einfach auf PS4 hat man einfach doppelt so viele Bilder wie auf Handy. Von hier hat man 60 FPS und auf Playstation 60. Kann ich los. Nein, oder? Pass auf. Let's auf. No. Jetzt hab ich einfach kalt. Schlecht. Häh? Wir haben sieben Uhr morgens. Äh, null Uhr. Null Uhr sieben. Mach auf, Kipp. Oh, es hilft gar nichts mehr. Nein, es ist... Elli, wir müssen instant raus. Wir haben sieben Uhr morgens. Scheiß, Maul. Schlecht. Morgen. Oh, es heißt, dass wir morgen studiert haben. Ich lande immer gut. Komm, richtig, was wir innen. Ob war... ...Pistole. ...Pistole. Hast du schon ne Pum? Ja. Für die Kills? Ein Öl, ein Lock Auch ein Lock Zwei mal Spass 12 Zwei Löcher? Ja Komm mal her. Ich hab keine Metz. Ja. Über uns. Ich hab nur ein Metz. Ja, ganz gefährlicher Spieler. Geh, die verkämp' mich. Ich klär' das hier. Ja, du schnurr. Alles gut. Ich hab dir halb abgestorbt, halb Leben gerechnet. Ja, der hatte RPG in der Hand. Das war gefährlich. Wieso? Zieh mir überhaupt an. Komm mal. 99er Weißleifelt. Ich hab keinen Bock mehr aufzuspülen. Doch. Seht ihr genauso viel ab wie ich? Kann ich nicht sehen? Hast du gesehen? Unerweil beschissen. Boah, ich tage. Dreckiger. Oh. Ach, wann ist denn? Ja, ach, was machst du denn? Ausm Haus. Der schießt von der Entfällung mit einer Pomp. Ich hab einen Blue-Life ein. Einen Blue-Life ein. Einen Green-Life. Sehr wohl. Der hinterher kam aber, glaub ich, noch nie. Der bot sich immer tot. Bin tot. Bin tot. Das muss ich mir eigentlich gar nicht geben. Nein. Nein, nein, nein. Du darfst jetzt einfach nicht. Ich hab ihm auch einen 99er gegeben. Aber auch du live. Ey, wenn du willst, kannst du dir auch diese App Arcade unterladen. Nee. Ja. Warum kannst du eigentlich nicht über eine Mobile-Wales leisten? Geht, den kann ich nicht. Lass mal das Passwort einfach ändern. Warum hat Ben das eigentlich geändert? Ja, das alte Passwort war viel besser. Ich weiß nicht, das Passwort. Das liegt ja nicht bei mir. Komm schon. Warum hat Ben das überhaupt geändert? Ja, das alte Passwort war viel besser. Ich war so. Perfekt mir noch nicht. Man konnte sich mit dem alten nicht einlaufen. Deswegen haben wir es ja geändert. Mit Päffeln, wie war, könnte man sich schon nicht einlaufen. Das hat sich geändert. Ich konnte uns damit auch nicht ändern. Das ist ja noch ein bisschen einlaufen. Völlig Last. Das war so einlaufenmäßig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es liegt irgendwie an unserem Youtube Channel. Es liegt irgendwie an unserem Youtube Channel. An diesem Youtube Channel. Aber so reichst du, oder? Es ist die Bete-Aufsäge. So geht es nicht aus. Junge. Ich hasse kurze Ladekabel. Oder Ladekabel, die man nicht unendlich lange zieht. Oder Ladekabel, die man nicht unendlich lang ziehen kann. ich ziehe mir immer das wo man das ladekabel reinsteckt bis neben mich und dann habe ich das ich heiße ich bin rausgesprungen ja ja ich komme nöte und nöte gehe ich mir da ich bin mir viel besser als du kommst noch mal scheiße oh mein gott wie ich gelegt habe ich einfach über 100 weggelegt ich habe schon Äh, Eddy, Willa. Ich bin ja nicht beigegeben. Hast du den gesniped? Hab ich mir schon gedacht. Kleiner Dreckiger. Sie sind unglaublich dreckig, Eddy. Ich weiß. Ich sehe eine Runde. Echt? Wo wollen wir noch einschaffen? Links. Echt? Das ist gut. 1HP, 1HP. Ich bin tot. Ja. Der war unnäßig. Das ist ein komplettes Problem. Das ist gut. In Zwischendrei-Tags ist das ein bisschen kacke. Da fühlt man sich schon alt gemobbt. Shit, ich bin... ... zurück in die Lobby. Oh nein, ey. Digga, ich bin nur lüde, irgendwie. Was? Ich bin gar nicht lüde. Ich bin nur lüde. Ich bin nur lüde. Das ist jung. Das war jetzt so nass. Man muss... Bei du, bei du, bei Squat, ein snipen und ein mit AR lasern. Und dann darf man jetzt... Darf man jetzt gucken. Ich hatte einen sogar übergelasert. Der hat sich dann zurückhaltende und dann kamen drei Leute mit einer Zahn. und da und paar und davor wurde ich das war das genau das gleiche bis auf das ist ich frage mich also gegner aus dem ich das macht aber auch gefragt aber sexy Spastan, die ich habe heute. Zeig das schon still. Ich weiß noch, als du Hatshot in der Lobby gesagt hast, ich guck einfach so wieder, ich guck einfach so wieder, ich guck einfach so wieder, eine Erholung im Livestream, und dann ersterne mich. Ja, warum kann man manchmal auf krass tun? Kennst du diesen Moment? Ich habe aber nicht, wenn der andere Livestreamt. Kennst du diesen Moment, in dem du immer sehen willst, einfach nur an den Bauch schnallst, also irgendwie den Körper triffst, und nicht den Kopf in der Direktion, und einfach so scheinst, halt schon, halt schon. Ich habe das mal gemacht mit Seele. Ich habe jedes Mal, wenn ich den, wunderschönen. 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 Er hat mich und sich, mit Rocket Launch in die Luft gejagt. Nein, oder? Kann ich mir das nochmal angucken? Komm mal. Wollen wir uns das nochmal angucken? Spatz 12 und Tag. Geil, ne? Bitte guck dir doch an. Warte kurz. Wahrscheinlich fehlen auch drei Leute. Oh, du bist da. Ja. Keine Ahnung, was anderes, als Erdraketen zu spielen. Aua. Ja. Ja. Er kriegt nicht den Unterfinish ab. Jetzt kommen wir uns jetzt bitte einmal angucken. Bitte einmal angucken. Das ist frech, Digga. Ja. Bei meinem Glück finde ich auch natürlich eine Sniper. Ja. Wir haben ja, das ist ja so artisch. Der Typ, der noch Arcade-Spray hat. Arcade-Spray. Der Typ hat von mir auch noch Schau zum Kopf. Ja. Ja. Der Typ, der den 1,7,6er. 1,7,6er. 1,7,6er hat er bekommen. 1,7,6er hat er bekommen. 1,7,6er hat er bekommen. Das sieht man da dann auch. Ja. Das sah auch übel. Das sah übel danach aus, sonst hättest du ihn nicht mal auf seinem Kopf drauf. Mit seinem Kopf drauf. Was will du nicht auf seinem Kopf drauf? Warte, jetzt gleich. Lass das Wasser. Ja. Gleich 15. Ah ne. Nein, nimmst du nicht. Na guck mal, der schießt nur Raketen. Was ist denn nur noch auf seinem Kopf drauf? Doch. Ich war übel auf seinem Kopf drauf. Hast du es nicht gesehen? Ist blind? Gar nicht. Falls rüst du mich wohl, ne? Was ist der der willig auf seinem Kopf drauf? Gehe, Junge. Das ist einfach eine Scheiße. Ich habe sowas von auf seinem Kopf, sonst wäre ich ja nicht ein 174er Headshot gewesen. Ja, wenn es sogar noch zwei, noch, noch mehr Dämon. Kennst du die, kennst du diesen Moment, wenn du ein auf bar Triple Schuss 33er bekommst? Was? Nur bis. Wenn man einen HP hat. Ich weiß nicht, einen HP Green Life hatte und einen HP Green Life. Ich hasse es, andere zu lasern, aber ich hasse es. Und dann zu sterben und zu sehen, er hat einen HP. Ich hasse es. Wenn die, wenn die Leute, eigentlich wenn die Leute unter 30 HP haben. Ich hasse es, gelasert zu werden und liebe es, andere zu lasern. Ah, alles klar. Wer liebt Laser nicht? Kurze Frage. Das war so lustig in der HP. Ich liebe Snyden. Wir hatten so verschiedene Rollen und mussten halt so dafür argumentieren, wer von fünf Leuten den einzigen Fallschirm in einem Foot-Take bekommt. Und Leon aus der AC war Jesus. Und Louis Lemay war, was weiß ich, Johnny Trump. Und er so, ja, über mich gibt es ganz, ganz viele Filme. Und dann sagt Louis, ja, aber du stirbst am Ende des Filmes. Und dann sagt Jesus so, aber ich stehe wieder auf, Bitch. Und er hat ihn so aufgenommen. Scheiße. Sie ist einfach nur so vergewaltigt. Einfach nicht so richtig zerschnitten. Ist echt nur gefickt. Alter. Das ist selten, die hast du 16 Minuten direkt. Ja, klar. Mach's Paul direkt. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ich in drei Monaten. Wenn du eine Frau hast. Wenn ich nicht haben. Aber okay, ja. Geht weiter. Dann. Kann ich das machen. Kann ich würde. Nein, will ich nicht. Ich. Was hast du für zwei Schleineren von dir? Nein, du würdest halt echt nicht machen. Vor allem macht sie es echt so. Ficken erst ab 18. Das ist so 100 Prozent. Aber ich bin so richtig schlecht behandelt. Also wirklich schlecht. So laut im Deutschen wurde verfassungsgerechtes Ficken erst ab 18. what you're going to call for me. Ich hab eine P. Bitches. Ja, ich hab's eine P. Wollt ihr euch beide? Ich hab ein H. P. Wollt ihr euch gar nicht? Wollt ihr euch beide? Wollt ihr euch denn? und er hat nichts auf die reihe geschützt und 100 und 1 hp 100 und 1 dalmatina hast du blue life a green life ja was denn gefährt gibt her den fummel ich wurde zu gelasert oh mein gott wir wurden nicht beide meine karten von den beiden ich habe seine team mit abflut rasiert ich habe spaß Ich schmack mich das nicht. Tot. 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 Sein Lini. E- und Ehrenmann. Boah, ich bin so schlau. Und dann noch ein Dego. Wollen wir wetten? Einfach nur weil er ein Ehrenmann ist und seine Teammates nicht rüber. Drei, vier. Wie peinlich wäre es, wenn du jetzt eine peinliche Nachricht bekommst. Das ist ja unnormal peinlich. Dann nehme ich den Livestream runter. Ich schieße die Rechte runter. Kennt ihr den Film? Den Kinofilm? Ja. Ich kenne den Namen, aber ich habe ihn noch nicht geguckt. Ja. Die Handys müssen nicht mitgelesen werden. Und alle Nachrichten müssen vorgelesen werden. Und alle Anrufe auf laut. Und man darf halt nicht sagen, ja. Hm. Lassen wir uns später telefonieren. Ja, das muss auch authentisch werden. Die wollen gerade ein Zelfen machen. Und dann kriegt der eine so, ist verheiratet. Lass mal ficken oder so. Und die so, das ist nicht an mich. Ja, nee, ist klar. Ist ein Gruppenschirm. Lass mal ficken. Da fand ich Lust. Aber wie in jedem. Wie in jedem. Die Kalken ist okay. Die Föhnziellerbänder sind alle zerstritten. Und dann haben wir eine Gehtier. So wie bei Ben und Lilly jeden Tag. Was? So wie bei Ben und Lilly jeden Tag. So wie bei generell bei Lilly jeden Tag. Okay. Nee, bei mir nicht. Bitch. Alles klar. Die fühlt sich bei der nicht hin. Was ist? Spitzackenduell? Absolut. Und Bunny hab in mein Gesicht gemacht. Okay, den Spitzack noch. Noch völlig ins Mund geschlagen. Ins Mund. Oh! 若! Also, anschlinke. Du. Ich passt zu euch. Ist ein Locket. Hm? Du gehst schon pushen? Ich hab keine Ahnung. Der auch. Ich hasse ihn. Ich habe 2 AP, 3 AP. Ich habe 18 AP. Digga, mir kann niemand erzählen, dass diese Waffe nicht stark ist. Meine Auge. Das kommt hier auch her. Das ist nicht doppelt. Das ist nicht doppelt. Doch, Mann. Ich will sie gucken. Nein. Der Arme. Nein, nein, nein. Ich habe 32 AP nach einer Millisekunde und dann war die natürlich leer und die andere schießt einfach mal daneben. Ab der Arme, Junge. Tut mir leid. Tut mir leid, wenn du es hieß. Ganz ehrlich. Wieso? Hier, diese P90 hatte ich, habe ich so in seinen... Hier, ich habe ihn für mich festgehalten, seinen Maul auf Christen, sie einfach reingesteckt. Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Ach ja, ich weiß nicht. Hm. Das muss ich auch hier machen. Was sind die jetzt heißen? Das nehme ich jetzt Person. Das ist auch noch montein. Scheiße. Was ist diese Aussage? Ich muss... Direkt auf Mutter. Komm, direkt auf Mutter. diese gegner sind aber so kattisch und sprain junge dieser typ der von mit der p90 dahinter der ecke gehockt hat ich 60 hp du ja drei nie davor war ich nicht auf jeden fall wir waren nachdem wir uns einfach mal davor davor hatte ich 150 da werde ich fuchsteufel wild meine mutter musste selbst lachen hat sich das tiktok von lina gezeigt so geil ich hab dir das lustigste geschickt es gibt jetzt schon wieder zwei neue gezeigt aber nicht geschickt die arme lina jungen die so ausgenommen ja eigentlich hätte ich nicht geld sondern nicht vom geld her sondern einfach von den gefühlen richtig dreck ist sie auch einfach die hier eingeregelt hast wie toll du wärst und wo du nichts von ihm möchtest aber ich die kanina tut mir alles leid deswegen kann kann ich ihr nicht sagen dass ich eigentlich absolut gar nichts von ihr will und die absolut heftig deswegen kann ich nicht nicht so halb verstehen es ist wie das tut mir generell schon so leid keine ahnung oder so wieso aber ich kann ja ich könnte gar nicht nicht sagen da ist kein bock zu sagen ich kann ja so lohnt um so mit 90 spät arme das ist aber noch ich weiß dass ich ja mein biggie noch gewinnt das empfinde ich jetzt und du wirst mir widersprechen aber ich will immer mittelpunkt stehen und macht deswegen aus jeder situation wo man drama machen kann das jetzt ich dachte du widersprichst mir völlig ich hab koronavirus ich hab organversagen Jeder Mensch macht Fehler, ganz einfach. Jeder Mensch macht Fehler. Fehler sind Menschen. Ich mach es sonst nie so. Ich hab noch nie so einen großen Fehler. Awww. 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 Bauter ist gut! Ich hab eh keine Zuschauer. Awww. 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 Awww.